Am Donnerstag müssen die Sängerstädter in Finsterwalde mit Verkehrseinschränkungen rund um das Kino Weltspiegel rechnen. Grund dafür sind Dreharbeiten zu einem Film, welcher 2023 in die Kinos kommen soll. Gedreht werden sollen mehrere Szenen im und um das Kino herum. Inhaltlich spielt der Film in den 60er und 70er Jahren. Die Verkehrseinschränkungen werden voraussichtlich den ganzen Tag andauern.